Hallo und willkommen zurück bei Dom Glänze Ghost Recon Wildlands. Let's play together mit der Tibra und mir dem Anduin. Grüß euch. So, Vollgas. Ja, wenn sie die Schwänchen da wegbewegen würden. Die sind ja noch voller wie alle anderen. Na gut, die Bladesau, die kann sich nicht bewegen. Sorry. Ja, ich sag dir wieder an, wenn sich am Weg irgendeine Patrouille befindet. Dann nehmen wir unseren Jeep. Und was fahren wir denn mit dem oder mit unserem? Unsere war ja sehr gut zu lenken. Okay, na dann nehmen wir den unseren. Der da wäre auch cool gewesen, aber bin ich gerade über den Reifen drüber gefahren und schon noch etwas abgekriegt. Woher? War das ein Prediger? Mhm. Bolivianischer Wanderprediger. Okay, Vollgas. Übrigens, der SUV, der gekommen ist, wie du runterklettert bist von deinem Felsen, wo ich dann gesagt habe, Achtung, eine Patrouille hinter dir. Das war der SUV vom Santa Blanca Kartell, der weiße, der gepanzerte. Ah, cool. So, da müssen wir jetzt runter. Scharf links. Also, wenn da wirklich alle Straßen so sind, halleluja. Ich glaube, dass das nicht weit weg ist von der Realität. Mhm. Trotzdem wäre es mal interessant, das Land zu sehen. Aber da laufe ich dann nicht in Flügel. Stopp, da vorne ist eine Patrouille. Da laufe ich dann nicht in voller Montur durch die Gegend. Ich sehe eine kleine Gruppe Tango. Wie viele? Ich habe mal einen. Okay, soll ich den gleich nehmen? Ich glaube, das war so schon. Ja, das war's. Wäre es dir eine Kugel nicht gewesen, wäre es dir andere. Genau. So, weiter geht's. Wir haben's da zum Jeep. Okay, ich laufe mal Straße lang weiter. Komm gleich mit unserem Jeep nach. Hm. Da rein. Feind der Bereich. Augen auf. Okay. Auf Nachtsicht, die Sicht umgeschalten. Stoppt. Bleib am Rand stehen. Da sind einige. Achso, das ist da schon, oder? Mhm. Okay. Und dann stellen wir unser Auto da rein. Meine Däle sind der Blanke. Sontes, der Friedhof. Ach du, da stehst du fast auf einen. Mach fünf Tangos. Okay. Soll ich? Ja. Ja. Deine Wache, oder? Den hinter dem kleinen Häuschen, also für mich hinter dem Häuschen, den kann ich nicht. Und erledigt. Erledigt. Oh fuck. Erledigt. Den Hedrian. Und seiner muss, kommt von unten rauf. Gut gemacht. Freunden wir auf, an der Wache. Aber ich hab den Weg im Visier. Er ist gleich da. Jetzt ist er hinterm Haus, hinterm Haus. Okay, er geht auf deiner Seite. Ja. Und erledigt. Super. Schalt um auf den G und geh rein. Du oder ich? Nein, ich hab schon. Und schalt den G, geh gerade rein. Oh, jawoll. Proviant und so weiter. Ja, cool. Ist ein richtiges Besuch. Mit jeder Menge Zeug. Und wir sollten trotzdem weiterhin aufpassen. Ich schalte auch um auf den G. Ob das da noch, wo er nicht will sein. So. Ich komm vom Hanger runter. Gehst du rein oder soll ich? Ich komm vom Hanger runter. Oder reinkommen. Aha, Tür eintreten. Okay, alles leer. Kannst kommen. Okay. So, dann lockieren. Wo? Wo? Ah, da ist die Tür. Wir haben da eine Reaktionskiste. Sehr gut. Und dann Hubschrauberer hätten wir mit MGS. Der hat MGS drauf. Mit dem MGS? Ich glaube, dass das MGS sind. Das ist eine Gans. Die spüren wir nicht, dass sie da schießt. Das werde ich gleich rausnehmen. Das heißt, wir lassen uns im Chip stehen, oder? Das nächste wäre jetzt da hier oben, diese Dokumente. Was heißt da neu? Unterbei, ein Stückchen unterbei, das können wir zu Fuß laufen. Siehst du das nicht? Das blaue Pfeilchen. Moment, ich markiere das. Die Fertigkeitenpunkte, genau, die hätte ich jetzt fast vergessen. Und denen sind wir eigentlich da. Die müssten wir den Weg entlang da runter. Durch den kleinen Fluthof. Eine Santa Blanca Auszeichnung. Die Cicadios werden sie vermissen. Das ist wieder so erraten. Cool. Du hast jetzt, du, glaube ich, da? Nein. Du nicht? Nein, wenn ich hingehen kann, dann... Achso, entschuldige. Ja. Okay. Weil normal gibt es immer alles für beide. Ja. Gleich, ich muss... ...verfahren können. Hubschraubärer, oder? Hubschraubärer. Hubschraubärer. Gut, dann... Leider ist es ja nicht. Okay. Da ist Intercourt, Eco und da wie alles. Nein, man kann das nicht verwenden. Was? Die Gun. Am Helikopter. Ah, okay. Da geht man mit dem Jeep auch fahren. Gut, fahren wir mit dem Jeep. Aufsteig und lande. Ja, genau. So, wir stehen... ...da draussen irgendwo, glaube ich. Ja, genau. So. Aber wir können dann auch wieder hierher retour und können dann mit dem Hubschraubärer. Okay. So. Hubschraubärer. 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 Fahr mich nicht um. Fahrt mich da einfach um. Geht schon. Du bestellst dich hinter das Auto. Geht schon. Hinter uns sind Casablanca-Typen. Ja, ich sehe es. Jetzt solltest du etwas machen. Leid noch hinten, es ist ja vor uns. Also. Sag mal. Echt? Ja. Wir sind doch nach hier. Gut, den holen hat er in dieser Sportwagen. Gut. Uah! Fah! Tja! Wer schießt denn dann so auf mich? Ui! Alter Falter. Ja, wo ist er? Da falle. Das war er. Okay. Okay. Sie sind von ihm rausgestiegen. Nein. Auto erledigt. Ah, da vorne ist wieder so ein Patrouille. Woher müssen wir eigentlich hin? Ja, da die Dokumente sind da, wo wir gerade durchgeflitzt sind. Ich hoffe nur, dass da irgend so Santa Blanca-Tüten auf uns warten. Den graben sicher nicht. Nach der Vorstellung, die wir gerade abgeliefert haben. Ja. So. Deiner hält sich immer noch den Kopf. Hunde. Zombiehunde. Ah, shit. Was? Zombiehunde. Ah, leider. Oh, so. Flockies. Sieht da in der Kapelle. Ah, da ist die Rastafari-Typen gerade angekommen. Oh, da ist es nicht immer die Rebellen. Nein, da sind keine Rebellen. Ach, was ist das für ein Problem, ob es nur weil unser Auto da steht. Verstehe ich nicht. Dabei ist es ja so schön eingepackt. Der hat schon wieder ein Radio nicht abgedreht. Der hat schon mal. Ihr könnt jetzt warten, bis ich umgedreht habe. So, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Achso, wir haben noch keinen Einsatz mehr gefunden. Äh, schlechte Seite. Gut, das ist eine Tankstelle. Da sind auch Casablanca-Typen. Und Checkpoint. Checkpoint. Das ist an der Planca-Typen. Auch die Straße nach Intercourt. Oh, da ist dieser Rebellen. Den machen wir jetzt. Genau, geradeaus sind auch Rebellen. Der ist der Rebellen-LKW. Sondern in Combo, die wir aufhalten sollen für die Rebellen. So. Okay. Links. Rechts dann auch Rebellen mit Kisten. Der fällen in der Santa Flanca. Ah, Santa Flanca. Das war der Stützpunkt, den wir schon mal geräumt haben. Mhm. Okay, das da sollen wir aufhalten. Okay. Okay. Und wie stellt ihr euch das genau vor? Alter, ich habe da noch schon aber irgendwo. Äh, bist du lebensmüde? Das sind Humvees mit MGs drauf. Ja. Ich will es mir ja nur ein bisschen sehen. Ich bin auch rausgestiegen. Oh, das soll ich nicht füllen. Wow, da ging ein Wachen, ja. Und alles gut. Okay, ich glaube, ich verzichte. Das erste. Ich sehe einen Scharfschätzer. Hast du schon ein paar markiert? Gott, ob er. Okay. 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 Ich werde mal gehen. Nein. Halt, die werden dich sehen. Wir versuchen mit dem Truck zu fliehen. Okay, du bist nicht warm. Sind wir hinten noch? Nein. Da ist ein umgepanzertes Fahrzeug im Konvoi. Ja, sie schießen nur auf mich. Jetzt? Ja. Äh, ja. Alter, was tust du? Warum fangst du den Krieg an? Der hat auf mich als erstes geschossen. Gott. Ich sehe den im Tun nicht. Sorry. Ich habe da keine gute Position. Okay, posse hier an. Ich bin noch getroffen. Ich ziehe nur auf die... Das ist ein Turmugmoder. Oh, das ist ein Turmugmoder. das ist eine sante station wir stürmen rein und schalten sie sich noch zeigen aus dem ja zwischen dann ist das eine mit maschinenpistolen sind die beiden wachen ich rufe durchs gras noch habe ich keine sicht aber irgendwann werde ich doch rauskommen aus dem dickicht hey das heisst ich kann unterautos auch durchschießen ich komme nicht in die schweiß tür nein ich glaube sie werden durch die tür kommen ach den einen habe ich durch den zaun getroffen aber den zweiten treffe ich nicht durch den zaun stellst du mich auf ja jaja ich hatte da wieder die spritzneile danke bitte nichts passiert nur gestolpert nichts passiert jetzt habe ich ihn getroffen so auf der anderen straßenseite sind wieder ein paar ja miss schon wieder wo joh joh ok die kommen Wo sind die, da sind die Alter Ich schau wieder, dass ich seitlich hinkomme Oh, ist militiert Und nicht immer aufstehen, du Ratte Achtung, hinter dir Hinter mir? Ja Da ist gerade einer aktiv worden Da ist nur so ein Wachtturm Die Schau rufen drauf Bis ich da raus runter ist ein Militärschutzpunkt Habe ich Okay, den habe ich nicht gesehen Achtung, sie liegen auch noch auf dich Jetzt haben sie mich Und ich lieg schon wieder Ach Gott, die sind zwischen uns Warum sehen wir den nicht? Da steht jetzt neben mir Auf was schießt du? Ja Achtung, rechts vor dir kommen welche Rechts vor dir Ja Kommen die Straße entlang? Ja, ich lade nach Ich könnte mich gut Ich könnte mich gut Ja Mal schauen, wo wir rauskommen Ähm 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 Hm War wohl nix War wohl nix Wo sind wir da Ah, die Straße ist ein Stück runter Wie ist das nochmal rausgekommen? Wie ist das nochmal rausgekommen? Ja Der Hubschrauber ist wo? Der ist weg Denk ich mal Ja, stimmt Hm Na dann schauen wir sich Ich weiß nicht, wieviel Zeit noch übrig ist Aber schauen wir sich mal kurz das Dorf an Acht Minuten hält man neu aus, können wir mal das Dorf durch Aber da sind ja einige Häuschen, ne? Ja Gehen wir mal immer mal rein Na, ich schätze Aber es dürfte eine Ruggier Gegend sein Ja, bis vorher bei einigen Minuten Ja So, ich lauf einmal da vorne nach vorne Ah, da sind Rebellen Und Munition ist da vorne Ja, 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 Muni Ah ok Nachdem es uns beide erwischt hat Sind wir natürlich jetzt wieder voll aufmagaziniert Ah ok Ja, ansonsten ist da nichts Eine Rebelle und Munition Eine Rebelle Eine Rebelle Eine Rebelle schwirrt da herum Eine Rebelle, genau Unser Hubschrauber ist glaube ich gerade in der Luft Von Blümchen zu Blümchen eine Rebelle So Unsere Blümchen eine Rebelle So Wie schaut es da aus? Gibt es da ein Gibt es? So Pass auf, jetzt lauf ich mit mir in der Santa Blanca Lager Ja wirklich Ich sag das auch noch Ah Fuck Das kann doch jetzt nicht wohl sein Oh Und wie viel? Alter, wie viele Ich zieh keine scheiß Maske auf Ok Dann Ich von der anderen Seite Ja Drei sind es, oder? Ja Hier Hm Ach, da steht wieder das blöde Auto Ich hätte freies Schussfeld Ich nicht, weil da so erwähnt steht Wie nah willst du noch ran? Ich seh nix Kann ich unterm Auto durchschießen? Keine Ahnung Das verwirre ich jetzt Gehts? Ja, ich seh Füße Ich nehme den hintersten, weil den wirst du wahrscheinlich eher nicht Gehts? Drei Zwei Eins Hehehe Dann hat er sich Füße entgekommen So, den wirst du erschossen hast Der hat in eine Flugbank geflogen Huch Der hat meine Kugel abgefangen Okay, die läuft das ein Sorry Kein Problem Kannst du nix Hat sich da jetzt noch einer bewegt Ja, ein Heine-Wischer Achso, das sind Heine-Wische Das sind Heine-Wische Heine-Wische, genau Nachschubkiste, yes Komme Da ist der Nächste Oh, und ein cooles Fahrzeug haben wir dort an Na schon Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen Mit dem Nachschub können wir uns wohlwollen von den Rebellen verdienen Ja Nehmen wir einen Stapel oder nehmen wir den kleinen Lkw Was, einen Stapel haben wir auch Da ist ein Stapel Kann man aber nicht fahren Oh doch, oder? Nein, kann man nicht fahren Aber den da können wir fahren Und der gefällt mir sehr gut Der Lkw Ich möchte auf die Rampen Steig bitte ein Ja Du wirst schon wieder von da hinten herumschießen Bannern Wobei mit deinem Tee wieder so cool So Oh, der lenkt so wieder, oh Gott Rebellen sind geradeaus auf der Strasse Ah, nicht Rebellen Casablanca Du hör mit deinen Rebellen Geradeaus links sind Re... Casablanca Typen Noch ein Stückchen Du kannst nur ein Stückchen fahren Aber dort ist ein... Und auf der Strasse... Nein, auf der Hauptstraße kommen sämtliche Ja, dort ist ein Fass Wo ist ein Fass? Ah ja, was ist denn da los? Ah, das ist glaube ich der Truck wieder Ja Ach Ach, das ist fast... Das ist der Rino 2 Uhr 2 Uhr 2 Uhr 2 Uhr 2 Uhr 2 Uhr 3 Uhr 3 Uhr 3 Uhr 3 Uhr 3 Uhr 3 Uhr 4 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 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 4 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 4 Uhr 5 Uhr 5 Uhr 5 So, ich würde da jetzt, da drüben, die nächste Straße, da drüber geradeaus, in meiner Sicht. In der Blickrichtung sind Casablanca-Typen, sage ich. Casablanca. Ja, klar. Einzelpugger-Typen. Einzelpugger-Typen. Mit dem Teil kommen wir auch geschrocken. Na, probier's nicht schon wieder. Na, ich hab ja gerade einen. So, ich fahr mal kurz da rundherum. Ah, ja. Was tun die da? Was tun die da? Die wollen da Leute erschießen. Das geht doch nicht. Genau. Was ist da los bitte in diesem Ländler? Da ist noch irgendwo einer. Oh, oh. Der kommt auf mich zu. Mach ihn lieber. Da, wenn ich ihn erwische. Shit, ein gibt's nur, zwei gibt's nur. Den hab ich jetzt echt nicht gesehen. Okay. Einer auf der straßen Seite gegenüber. Rein ins Haus. Geht mir getroffen. Okay. Bitte, hau mal die Adrenalinspritze ins Herz. Yes. Wir stehen drauf. Genau. Ich brauch das. Und der andere ist da drüben in dem Gebäude. Mhm. Ich schleiche mich an, gibst du zur Deckung. Moment. Ich schaue, ob es einen Hütteingang gibt. Jawohl. Geht's? Ja. Probieren. Den Sohle ist haltet. Okay. Alles sauber. Was ist los mit euch Typen? Wir wollten da gerade ein paar von die Hände mischen. Richten, höher. So, unser LKW. Wo ist der LKW? Genau. Da oben. Also, aber da oben ist in die Luft gesprengt. Da ist irgendwas explodiert. Du hast was gesprengt? Ja, wieder geschossen. Okay. Da ist was explodiert. Mhm. Jawohl. Radio, danke. Auf der Hauptstraße. Sie müssen posten, oder? Werden mir angezeigt. Der LKZ. Egal, wo wir kämpfen. Nicht in den Hörstall. Kinder finden immer Zeit zum Spielen. Der ist nicht Bolivien-kompatibel. Ja. Na, guck, jeder. Ja, genau. Das ist hoch aus. Da drüben das. Wo siehst du das als nächstes? Oben. Genau. Gehen gerade aus. In dem... Achso, im Achturm. Ja, klar. Das ist wieder besetzt. Natürlich. Aber wir könnten jetzt noch einmal den Transporter probieren. Jetzt mit dem LKW könnten wir eine Chance haben. Und du hießt, ja? Vor uns. Ah, da voran. Ich husch da rauf, oder? Und warten bis da vorbei. Da rauf, meine ich. Das ist okay. Hier sind wir mittendrin. Wir zeichnen los. Ah, fuck, woher würde ich eigentlich mit dem LKW aufhalten? Uuuuh. Okay, wenn sie da unten weg sind. Ah, da gibt es jetzt keine Brücke. Nach der Brücke vor uns ist wieder eine Treue. Ja. Okay, was hast du vor? Weißt du mich ein? Ja, ich dachte, da kommt noch eine Brücke. Dann wäre ich rübergefallen und hätte ihnen den Weg abgeschnitten. Aber da war leider keiner. Und wir werden verfolgt. Wir werden... Für die Casablanca-Typen. Okay. Aha. Also, da links sind auch die Typen. Stimmt, ja. So, die könnten wir einmal gleich erledigen. Das ist das ein LKW sein. Ja, und da rechts vorne im Ausflug... Ausflug... Ja, ja, ja. Du bleibst da bitte stehen. Ja, mit dem fahren wir nicht weiter. Oder doch? Aha. Ich schau jetzt mal, was mit dem... Ding da ist. Informationslager, Informationslager. Oh, wir sind weit über der Zeit. Okay. Weiter machen, Teil. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann schaltet es wieder ein bei Tom Clancy, Ghost Recon Wildlands. Bis dahin, happy gaming und viel Spaß mit der Militärpolizei in diesem schönen Land. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.